Ich bin Moritz Bussinger, komme aus Ehing, arbeite dort im Jugendzentrum seit einem halben Jahr. Deshalb bin ich hierher gekommen, weil ich einfach momentan viel mit Jugendlichen arbeite an Dingen wie Recording, Producing, was eben auch mein Schwerpunkt hier ist. Und um das weiterzuführen und eben nochmal meine Fähigkeiten ein bisschen auszubauen, auch die pädagogischen Werkzeuge ein bisschen zu erlernen, bin ich hier. Meine größte Angst war, dass ich quasi hierher komme und bemerke, ich bin gar nicht dafür geeignet, Peer Coach zu sein. Ich hätte halt so Angst, dass ich pädagogisch vielleicht mal nicht das Richtige mache. Ich hatte ein bisschen Angst, vielleicht nicht gut genug zu sein. Bei der Roots & Roots Academy geht es im Wesentlichen darum, natürlich nicht nur künstlerisch aktiv zu werden, sondern vor allen Dingen auch mal zu reflektieren, Ich bin dann so, wenn ich Workshops gebe mit Jugendlichen, mit Kindern, also mit unterschiedlichen Zielgruppen, wie kann ich meine Dinge rüberbringen, was gibt es für Methoden, für Möglichkeiten als Coach mit meinen Erfahrungen, mit meinem Können auf Peer-Ebene mein Thema rüberbringen und den Kids was nahe bringen von meiner Kunst, von meiner Vision, von meiner Leidenschaft. Es ging mir sehr stark darum, in Gruppen besser arbeiten zu können, in verschiedenen Konstellationen, mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Orten und das wollte ich sehr stark verbessern, egal wie alt, sowohl aus der Coach-Perspektive als auch aus der Schüler-Perspektive, weil man in beiden Perspektiven halt nochmal sehr viel verschiedene Dinge mitkriegt und reflektieren kann. Ich denke mal, dass viele medienbegeisterte Jugendliche, die Coach werden wollen, erstmal mit dem Hintergrund kommen oder mit dem Interesse kommen, ich will irgendwas mit Medien machen. Super, ich mache ganz viel mit Medien, ich habe schon Erfahrungen gesammelt. Die haben so einen Produktionsanspruch im Kopf. Das funktioniert aber nicht in der pädagogischen Arbeit mit Gruppen in Jugendzentren zum Beispiel. Die Leute, die im Jugendzentrum irgendwas machen wollen, die haben zwar auch Lust auf die Technik und auch auf die Produktion, aber die müssen auch als Gruppe irgendwie angeleitet werden. Deshalb ist es wichtig, dass die Leute neben dem Interesse für ihre Sparte, also Tanz, Musik oder Medien, eben auch geschult werden, dass sie Gruppenprozesse anleiten können, dass die Pädagogik halt auch ein wichtiger Bestandteil ist. Das ist eben keine Aufgabe, die ich so, naja, da mache ich noch ein bisschen Pädagogik, dann klappt das schon mit der Gruppe, weil die nachher in der Praxis einfach auf Gruppensituationen stoßen werden oder Dinge erleben werden, wo es total schwierig sein wird, wenn ich dann nicht die wichtigen pädagogischen Basiskompetenzen habe. Wir werden vorbereitet auf schwierige Situationen, Konfliktsituationen in Gruppen. Wir werden darauf, uns wird beigebracht, wie man sich vor Gruppen verhält, wie man durch Körpersprache eine Gruppe zusammenbringen kann oder dazu bringen kann, dass sie einem zuhört. Außerdem werden wir natürlich in unseren verschiedenen Fähigkeiten, jeder, der hier ist, hat natürlich eine eigene Fähigkeit, Tanz, Musik, Filmemacher sind hier, werden im Hinblick auf diese Fähigkeiten geschult und uns wird beigebracht, wie wir unser Wissen, was wir in dem Bereich haben, an andere weitergeben können. In dem Thema Diversität, der Umgang mit Jugendlichen im Bereich Antidiskriminierung, denke ich, wurde ich nochmal etwas abgelevelt. Ich habe mich mit dem Thema sehr viel beschäftigt, das fließt in meinen Arbeitsbereich ein, dafür auf jeden Fall ein großes Dankeschön an Sina vor allem. Ich wurde im Bereich Personal Coaching von Winston extrem gestärkt. Einfach die Rolle der führenden Kraft, Jugendliche brauchen einfach eine starke Anleitung, denke ich, und auch ein Regelwerk, was sie natürlich verstehen, was man ihnen erklärt, ziemlich gestärkt. Und auch einfach die Haltung, ich wurde im Atmen allein schon gestärkt. Einfach wie atmet man, wie steht man, wie handelt man einen Morgen, wie bereitet man seinen Körper vielleicht sogar dafür vor, die Dinge eben zu tun, die man machen möchte mit den Jugendlichen. Da denke ich, ist sehr viel dabei gewesen, was mir jetzt auch nicht alles direkt in den Kopf kommt. Und dann kamen eh auch schon die künstlerischen Tage. Das war für mich wahnsinnig bereichernd, weil ich bin eher im Contemporary-Bereich vom Tanzen und bin Tänzerin. Und hier sind sehr viele vom urbanen Bereich, Hip-Hop oder Breakdance. Und dort dann die ganzen Eindrücke mitzunehmen, dort mitzumachen und auch selbst zu unterrichten, war super. Ich fand diese Methode, die uns B gezeigt hat, mit diesem, also jeder bekommt einen Tiernamen und jeder schreibt über diesen Tiernamen und man nimmt am Ende alles auf und hat eben direkt dann an einem Tag ein fertigen Song, ein fertiges Produkt, das man eben in der Hand hat und man auch angucken kann. Und klar, es ist keine riesen aufwändige Produktion, aber man sieht eben sofort Ergebnisse und man lernt eben auch, okay, es ist nicht so einfach, ein geiles Video zu machen oder eben einen geilen Song zu machen. Man muss arbeiten und man muss an sich arbeiten und ich fand das eigentlich ganz cool. Ich war letztes Jahr Teilnehmer bei der Peer Coach Akademie 2016 und der liebe Sascha hat mich angerufen. Deswegen bin ich dieses Jahr wieder hier, um zu berichten, wie mein letztes Jahr verlaufen ist, welche Dinge ich gemacht habe, welche Jobs am Start waren. Das, was wir hier, also wirklich alles, was wir hier im letzten Jahr gelernt haben, konnte ich praktisch verwenden. Und das hat mir geholfen, mit geradem Rücken in eine Einrichtung zu gehen und zu sagen, ich würde gerne Hip-Hop-Workshops machen, das ist das, was ich anbiete. Vielleicht ist das für sie interessant, können wir uns besprechen. Und das hat bisher auch eigentlich immer gut funktioniert. Ich finde es wichtig, dass junge Menschen im Bereich Medien gecoacht werden, einfach weil Medien und vor allem die sozialen Medien gerade momentan immer größer werden. Das nimmt halt einfach einen super großen Bereich von unserem Leben ein, gerade von den Kids. Und heute gebe ich einen kleinen Einblick in meine Arbeitswelt, wie es quasi so hinter der Kulisse funktioniert, was hinter den Filmen stecken, die wir machen und wie ungefähr auch die ganze Welt mit den sozialen Medien funktioniert. Ich bin hier für das Workshop hier, die mit den CHRISTIAN und Freundenえelfen, hier rummösen. Ich bin hier für die .., um, vacuum, unsere Präsentation, die長ige Art und die Leute in den Kirchen mit den 介Lanen etwas über cookies. Wirdri die dich in die Weltificación. Was hier ist, wie wir das mit der Kunst findeement erhalten. Es ist nämlich wichtig, dass es alles Human given geht первissimo, sind organizersisch selbst nicht einfach in die Zaubergegegenta earnasterdeinkommen. Es ist nur ein Teil von dir, was du machst, ist nur ein Teil extra. Das ist das, was wir mehr über den menschlichen Seite sprechen. Ich finde es sehr, sehr wichtig für die Jugendlichen hier mitzumachen, weil die Peer-Coaches für ihre Peers genau die Vorbilder sind. Die Vorbilder sind meistens die Tänzer, die jetzt schon eine gewisse Erfahrung angesammelt haben, die auf Veranstaltungen repräsentieren. Dementsprechend wird das, was sie zu erzählen haben, auch ganz anders angenommen, als von einem Tänzer, der vielleicht schon zehn, zwanzig Jahre älter ist. Wir hatten auch vorher eine Suchtprävention mit Tanz vorzubereiten. Und das wären so die ersten Sachen, die ich jetzt in Angriff nehmen würde, wenn die Peer-Coach-Academy fertig ist. Also ich habe die Möglichkeit bekommen, in Kooperation mit einer Musiklehrerin zu arbeiten. Das heißt, wir machen Musik und Tanz für Flüchtlinge. Und das sind sieben Mädels im Alter von sieben bis 13 Jahren. Und ich freue mich schon total. Also ich möchte auf jeden Fall gerne mit Jugendlichen zusammenarbeiten in einem Jugendzentrum. Dann auch mit Jugendlichen, die sich jetzt vielleicht auch keinen Gesang leisten können. Also dass es gefördert wird, weil das ist halt auch oft ein Punkt, dass die meisten Leute sich halt leider keine Gesangsstunden nehmen können. Und in der Peer-Coach-Academie habe ich Gleichgesinnte getroffen und habe gesehen, ey, das ist kein Quatsch. So dieses Gefühl, dass du in dir hast, und das ist eigentlich der richtige Weg für dich. Als mit einer Disziplin, da gibt es die Schritte, dass du musst. Da gibt es keine Leapung über, zu gehen von einer Sache zu einer sehr schnell. Aber das ist das Gefühl, dass die Leute sehr schnell kommen. Und das ist ein Weg für die Leute, die Leute zu wirklich immer wieder herausfinden. Hey, ich habe Arbeit zu tun. Was muss ich tun? Und dann haben sie eine Coaching-Staff, die kann ihnen in die richtige Richtung helfen, zu bekommen die Informationen, die sie brauchen. Für eine bessere Coach, oder für eine bessere Singer-Danzer, wenn sie auf ein Professional-Level wollen. Die mehr Informationen du kannst, und über dich über dich über dich selbst, die besser es wird für dich. Das ist, warum ich denke, dass das Peer-Coaching wichtig ist. Nicht nur ist es Spaß, und es ist ein guter Weg, um zu bemerken, aber es ist auch ein sehr sicheres Umfeld. Es geht darum, einen Coach mit guten, solidem Content und vertrautenden Informationen zu übernehmen. Ein guter Peer-Coach muss flexibel sein, muss auf die Bedürfnisse der Gruppenteilnehmer gut reagieren können. Als Peer-Coach sollte man seine Teilnehmer auf jeden Fall inspirieren. Die Peer-Coaches sind Multiplikatoren. Sie erreichen vielleicht in einem Kurs 20 andere Jugendliche, die das Erlernte dann auch wieder weitertragen. Und es ist gut, dass sie vorbereitet sind. Die Peer-Coach 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 Die Peer-Coach